Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, na dann schnappen wir uns mal den Wagen und holen uns noch eine Ladung kurz. So, wie spät haben wir es 5 am Nachmittag? Dann würde ich sagen, wir bereiten einiges vor und morgen geht es ins nächste Dorf. Und wir können ja auch Krokodile anschauen gehen, aber ja, ich würde sagen, nächstes Dorf, nächstes Dorf. So, da haben wir auch noch und bam, so. Und dann ab ins Dorf. Oh, die Ölsauger. Es wird ziemlich lang dauern, bis wir die fertig haben, denke ich mal. So, und auf geht's. So, bauen werden wir natürlich auch, also das Häuschen, aber deswegen ist es ganz gut, dass wir vorerst mal ein wenig zum Thema Holzlager machen. Das Holzlager. So, Holzlager ist eine gute Sache. Da können wir dann später nämlich einfach so, bloß so, das ganze Holz abgreifen. Ja, und wie gestern gesagt, wir werden den Test machen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. So, alles draufkommt. Alles. Oh, wie weit die fliegen können. Sie können fliegen. So. Den da. So. Die sammeln wir natürlich ein. Ups. Ja, die Ölsauger, wir probieren das mal. Also einfach mal bauen. Laufen werden sie eh nie. Also nicht nie. Aber solange wir keinen Strom haben, werden sie natürlich nicht laufen. So. Och komm, lassen wir das stehen. Jetzt machen wir weiter mal mit dem, mit dem Schamelzen. Schamelzen. Schamelzen, Schamelzen. So. Da haben wir noch das und das. Dann haben wir hier. So. Super. Da oben kommt das rein. So. Was war hier noch? Zwei Eisenbar, zwei Kopferbar. Kopferbar. So. Ein Eisen, zwei Eisen, zwei Kopfer. So. Was brauchen wir noch? Zehn Nägel. Waren hier noch Nägel drin? Zehn Nägel. Ja. Ja. Nägel sind drin. So. Nägel wieder rein. Dann brauchen wir hier noch. Zehn Brettchen. Gut. Das kann keine riesen Herausforderung sein. Außer die platztechnische. So. Eines noch. Deh, 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 deh. Ja. Super. So. Dann das rein, das rein. Dann würde ich sagen, wir verarbeiten das mal. So. Einmal. Nö. Wie ging das? So. Gegenstände sonstiges. Knochensplitter. Auf der normalen Bergbank. War gar nicht auf der. Ich konnte mich erinnern, dass das, war das früher mal so? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. Zumindest haben wir da mal neun Stück. Hilft da noch gut für die nächsten Speere. Und so weiter. Wie viele Pfeile haben wir noch? 32. Das reicht. Das reicht. Also, vorerst mal. So. Da holen wir uns auch noch ein Bäumchen. So. Weil, das nächste Dorf hier. Also, wir haben hier erledigt. Nächstes Dorf wäre hier. Oder wir machen Krokus. Aber ich würde gerne das nächste Dorf machen. Das nächste Dorf würde ich gut finden. Gut. Manchmal fliegen sie weiter. So. Aber in dem Fall ganz gut. Weil es direkt hier zu einem kleinen Bäumchen geflogen sind. So. Und. Na, wird sich ja schön langsam füllen. Außerdem müssen wir vor dem Winter das Häuschen noch dicht machen. Und das werden wir auch hinkriegen. Das werden wir auch hinkriegen. So. Na dann. Wir nehmen wir mal hier raus. Und dann haben wir noch da und da. Und da und da hier. So. Da ist das drin. Würden wir mal sagen, nehmen wir die auch alle raus. Und tun die da rein. So. Jetzt brauchen wir noch hier eins zu drei. Feuer, holz. Kann man sagen, hier. Kann man sagen, hier. Bö, 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 bö. Und hier. So. Ja. Soba. So. Das kommt da rein. Samen hier. So. Ich würde sagen, wir geben auch das Thema Pflanzungen schon an. Moment. Moment. Wie spät? Wie spät? May. Yeah. Da ist es ganz gut. Platzierbar. Essen. Beet. Machen wir das jetzt. Ist das gerade? Ja. So. Eins. Machen wir das mal. Richtig schön nebeneinander. Rauf stellen. Aufs Dach. Wir machen natürlich einen Dachgarten. Bis wir uns dann wieder mal das. Das Glas raus leisten können. Wollen werden. Wenn wir jetzt mal hier machen. Und. So. Super. Dafür brauchen wir extrem viele Nägel und Rädchen. Dafür schmeißen wir jetzt gerade wieder ein. Okay. Ich war zu schnell. So. Na dann holen wir. Einen Wagen holen wir auch. Komm. Ein Wagen. Ein Wagen muss noch sein. Oh. Kürbis. Oh. Dann nehmen wir gleich mild. Nee. So. Ich glaube. Wir brauchen nur noch eins. So. So. Auf geht's. Ja. Ich weiß. Die Video einschalten. Ich weiß. Aber im Moment. Noch nicht. Noch nicht. So. Heute Vorbereitung. Tag drei. So. Morgen geht's dann los zum Dorf. Wir werden wieder. So wie wir es gemacht haben. Sehr zeitig. Sehr früh aufstehen. Einfach weil es geht. Weil es passt. Weil es sein muss. So. Super. Und fertig. Hier. So. Na dann. Hier. Nein. Viel zu weit. So. Hier. Und hier. 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 So. Die legen wir da zurück. Dann haben wir da. Hier. Hier. Und dann würde ich sagen. Wir machen jetzt mal. Viele Mäschel. Nein. Hier. So. Das ist mal gut. Wo legt man das Eisen rein. Ich leg das einfach da rein. Da mal acht. Da mal acht. Da mal acht. So. Wahnsinn. Wie viele Nägel. Da haben wir 50 gebaut. Und übergeblieben sind zwei. Ist okay. Okay. So. Dann brauchen wir tausend Bretter. Wir nehmen mal die. Super. So. Dann nehmen wir die da mal runter. Und die nehmen wir auch gleich welche. So. Nein. So. Und hier auch noch. Wahnsinn. Gut, dass wir so viele Bretten gelagert haben. Super. So. Jetzt schauen wir mal was wir haben. Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na gut. Na gut. So. Wir haben mal das hier. Wir haben mal das hier. Dann würde ich sagen. Guarque. Ist super. So. Kürbis. Kürbis. Dann machen wir mal. Kartoffel oder Zwiebel? Kartoffeln. So. Das kommt da wieder rein. So soll es sein. Das kommt da wieder rein. Yeah. So. Da ist noch sauberes Wasser drin. Das ist auch gut so. Erholen wir uns gleich was. So. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Wollt auch eines essen? Wo wollte man das? Ach komm. Das werfen wir da rein. So. Schnell essen. Schnell essen. Schnell essen. So. Wieder alles fertig. Nachschmelzen. Ja. Müssen wir natürlich gießen. Meine Hoffnung ist es regnet gleich. Wie sieht es doch immer gleich geregnen? So. Und die kommen da rein. Super. So. Einen Wagen noch. Immer so zwischendurch. Duach. 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 Also im Sommer werden wir eine Nut brauchen glaube ich. Ja vielleicht bekommen wir den Webstuhl. Dann könnte man nämlich auch einen Kroko Rucksack bauen. Und der wäre mir echt wichtig. Dann das dazu. Und Schweinchen. Da oben. Das könnten wir uns auch schnell holen. Schweinchen. Schweinchen. Und bei. So. Schweinchen. Schweinchen. So. Wir können natürlich auch... Ja ein wenig leid tut es mir. Arme Schweinchen. Es wird langsam dünnkler. Was auch gut ist. So. Weil dann steht die Zeit für den Aufbruch schon weit an. Hm. So. Auf geht's. Ich würde sagen drei werfen wir gleich da in die... So. In die Sägetische. Damit wir da wieder Nachschub generieren. So. Mit dem Wagen. Wieder davor. Sei doch. Wird doch. So. So. Dann nehmen wir das Rose. Das Ryan. Da kugelt es noch ein wenig. Hier haben wir das. Jawohl. So. Die Tierbox. Hier. Hier. Und hier. Dann haben wir Samen. Und Samen. Und hier haben wir das. Und das. Hier. So. So. Essen brauchen wir im Moment nix. Da ist Wasser. Wasser. Okay. Zwei Fleisch. Die hängen wir auf. Dafür nehmen wir uns das und das. Und mit dem reisen wir dann morgen früh ins Dorf. Und dann holen wir noch einen Holzwagen. Ups. Einen Wagen noch. Zwiebel. 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 Da habe ich wieder Angst. Zwiebel. 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 Das heißt, Ziel, ein Werkzeug möchte ich gerne aus Eisen heute haben. Mir wäre am liebsten tatsächlich die Axt. So, ernten, ernten und ernten. So, das haben wir hier. So, da werfen wir rein. Eins und zwei mit Feuer. Ja, dann werfen wir rein. Eins und zwei mit Feuer. Und da werfen wir auch rein. Da werfen wir die ganze Rente rein. Der Winde und Feuer. So. Dann haben wir den einen Zwiebelsamen, den packen wir da rein. Da haben wir ein wenig von dem hier. Und weiter geht's. So, weil dann könnte man nämlich ein Eisenwerkzeug, was weiß ich, Spitzhage, nö. Ja, ich glaube, es wird doch die Axt. Ich glaube, es wird die Axt. So, es regnet, super, weil dann brauchen wir das Gemüse nicht gießen. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Verbände suchen wir uns auch zusammen, weil wir haben hier... So, weil wir haben hier drei Stück jeweils. Ich hätte keine fünf mitgenommen. So, fünf davon. Und dafür machen wir auch nochmal zwei Rouse. Yeah. So, die schmecken ganz toll. Wir holen uns noch einen Wagen. Also, noch einen Wagen. Wir legen nochmal auf. Auf, auf. Aha. So, das ganze Holz schlicht mal wieder ein. So, wunderbar. Dann haben wir da nochmal da. Da, 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 da. Ja, wachst nur, meine Lieben, wachst nur. So, die können wir auch alle mitnehmen. Das ist toll. Na. So. Und hier, der Boden glänzt so schön. Da können wir direkt Leim abbauen. Oh, damn. So, ich denke mal, wir haben zehn. Wir haben nur neun. Einer fehlt hier. Ah, ein Stöckchen. So. Lenken, können wir da gleich ablegen. Könnte da rein, könnte da rein, könnte da rein. Ich weiß es nicht. Wir packen da rein. So. Eins, zwei, drei. So, dann sind wir da. Und da. So, und bald sind wir so weit, dass wir das Werkzeug, das erste in Metall haben. Da freue ich mich dann. So. Die können wir dann schon mal einschmelzen. Oh, wird das super. Komm, wir holen noch mal Holz. Wir holen noch mal. Wie spät ist es? Ach, Mitternacht. Wir müssen schlafen auch noch, bevor wir ins Dorf gehen. Ja. So, zuerst mal der Kleiner. Ein ganz ein Kleiner. Ich überlege mir gerade, hätten wir noch Fische mehr fangen sollen. Das ist früher. Wir haben noch Zeit, Fische zu fangen. Und das Häuschen weiterzubauen. Aber, Priorität, das Dorf, die GroKo-Tasche. So, und dann Häuschenbau. Und dann lassen wir uns ein wenig Zeit, oder? Ich denke schon. So. Super. Dede, 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 dede. So, mit dem fahren wir da gleich rein. So, und holen uns hier, das nächste geschmeutene Ja, ist gleich fertig. So, dann legen wir hier mal ab. Da und da. Eigentlich sollten wir die austauschen. Also, ich meine, die Workbench hier. Oh, und wir können uns auch nebeneinander stecken, vielleicht. So. Und die da rein. Buxieren. Wenn das geht. Will er nicht. Will er nicht. Dann stehlen wir den weg. So. Und nehmen wir den nochmal. Na. So. Und den da dazu. Na gut. So. So, da ist nun mal alles. Mal raus. So. Da ist aber raus. Und da können wir leider nur den. Aber wir nehmen das Kopf auch gleich dazu. So. Super. Jetzt haben wir das auch gemacht. So. Schlieb mir hier noch Holz drauf. So, wie sieht's aus mit dem Wasser? Och, super sieht's aus. Und wenn wir da einen gleich verzehren. Und da werden wir da noch diese Lampen machen können. Ach, da hinten Gurke. Die müssen wir unbedingt holen. so. So. Ja, Wasser. Müssten wir auch noch trinken. Ich glaube, die beiden sind leer. Also, die beiden Gefäße. Schauen wir gleich mal. So, da ist voll, da ist voll. Dann trinken wir mal aus dem mal raus. Ah, ein Bier. Ich seh keinen Bier an, aber es ist auch wirklich dunkel. So, dann werfen wir da zwei ab. Wir werfen noch einen dritten ab. Super. So. Samen. Ja, ist gleich fertig. Wir holen den Rest noch. Wo ist der Bär? So. Und fertig. So, schon langsam wird's ja. Schön langsam wird's. So, jetzt werden wir uns hinlegen, nehme ich mal an. Ich glaube, das ist gut so. So. Na bitte. So, schlafen wir mal. Morgen in der Früh sieht die Welt gleich anders aus. Nö. Wir machen zuerst noch. Zuerst machen wir noch. So, Spitzhacke, Angst und Spitzhacke-Kopf. So, jetzt sagt das hier, wird's eine. Oh ja, oh ja, wir müssen zuerst noch. So, wir legen mal ab. Die hier. Und die hier. Nehmen wir den. So, jetzt geht's. Oh ja. Oh ja. Oh, wie schön. So, wir haben die Eisenwerkzeuge. Das ist auch großartig. Als nächstes kommt dann der. Oh. Wenn ich da jetzt gerade dran denke, dann wird das ja schön hier. Wird am Ambus hergestellt. An der verbesserten Werkbank. Oh, komm. Wie machen wir uns eine Fackel? Das machen wir. Oh, Projekt. Projekt Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Ich brauche so sehr. Ein Stock, fünf Pflanzenfasern. So, fünf Pflanzenfasern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ein Stock. So. Wir legen hier irgendwas ab. Irgendwas. Den da. So. Wir nehmen, naja, wir nehmen da alle fünf. Das dazu. Fackel, yeah. Kann man nicht parallel. Das ist schon mal gut. Was ist das? Äh. Nö. Da bleiben wir heute nicht. Oh, ich kann da in der Nacht nicht reingehen. Wo ist das? Da ist gruselig hier. Ich hoffe, wir finden hier. Oh. Ich sehe hier gar nichts. Ein Blei fehlt uns. Da. So, dann machen wir hier nochmal. Wenn wir einen Eisenerz finden. Einen Eisenbrocken. Das wäre super. Wo ist das? Wo ist das? Das kommt hier. Widerlich. Oh. Oh. Also, nö. Die Höhle. Muss ich sagen, nö. Oh, da jetzt mit diesen Stalagmeten. Fürterlich. Gruselig. So. Wir müssen irgendwas essen oder sonst irgendwas. Essen, essen. Jetzt geht's vom Gewicht her. Was liegt da? Ich will raus hier. Ich glaube, das Beste ist wirklich hier raus. Nein. Wir lassen ihn. Wir lassen ihn am besten. Oh. Okay. So, wir haben leider keine Erzbrocken gefunden. Also, keine Erzbrocken. Nö, ja, keine Erzbrocken. Haben wir leider nicht gefunden. Macht aber nichts. Dafür haben wir ein bisschen Blei gefunden. Ist auch okay. So. Ja, ja. Komm jetzt. So. Dann werden wir das da reinwerfen. So. Da haben wir wieder ein bisschen von dem hier. Dä, 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 dä. Super läuft auch. Und wenn wir zurückkommen, werden wir die Technik nutzen. Die ganze Macht unserer Technologie. Ähm. So. Nö, aber hier. Da haben wir das, das, das. So. Und hier haben wir auch noch. Hören wir das raus. So. Da haben wir jetzt Pilze. Super. Pilze. Und hier verdorbenes Essen. Dann haben wir hier nochmal zwei Fleisch. Eins, zwei. Hier hängen wir drauf. Eins, zwei. So. Und jetzt legen wir uns hin. Und in der morgigen Folge, meine Lieben. In der morgigen Folge, werden wir dann aufbrechen. So. Spitzhacken. Die und die. Die würde ich gerne fertig verbrauchen. So. Dann nehmen wir den. Und dann nehmen wir den. und nein, wir brauchen keine, ähm, na, Knochen später schwer oder so. Wir verbrauchen zuerst die. Die verbrauchen wir im Dorf. So. Meine Lieben. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und nächste Folge, wir laufen gemeinsam hierher. Ja. Oh ja, wir laufen auch gemeinsam. So. Das war's. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.